Ey, das ist doch eben, hab ich das doch noch ohne Probleme geschafft. Kritisch. Kritisch, kurz davor, Rage, vorm Rage Crit. Hey Leute, was geht? Kommen Sie mit FreeMaps und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Heute mal wieder eine neue Obi und ihr habt hier im Hintergrund vielleicht schon Krake gesehen. Das hier ist eine Band 10 Obi oder Band 10. Wenn wir jetzt heute mal, guckt ihr das überhaupt eigentlich? Erstmal die erste Frage. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, ist halt eine Obi. Und heute gibt es was ganz Besonderes. Ich möchte heute versuchen, die Obi ohne Checkpoint zu schaffen, weil die Obi scheint nicht so lange zu sein. Wir werden es natürlich gleich sehen. Ich sehe da hinten schon was ganz, ganz Kritisches. Das ist immer diese Glückssache. Na egal, also ich versuche es mal ohne Checkpoint tatsächlich. Und hier sind die ganzen Bösewichte und wir versuchen zu entkommen. Ne, aus Band 10. Ja, fängt schon mal klasse an, Leute. Ach, was für eine Challenge habe ich mich da eingelassen. Also die Sache ist, dass wir hier jetzt versuchen in dieser Obi ohne Death durchzunehmen. Also ich bin ja schon gestorben, aber ich versuche jetzt kein Checkpoint mitzunehmen. Das wird natürlich richtig bitter werden, falls ich am Ende mal kein Checkpoint erreichen sollte. Deswegen, ihr werdet es auch sehen. Also wenn ich sehe, das klappt nicht, ne, dann war es das natürlich auch. Hä? Ich habe doch die Dings nicht mitgenommen extra. Komisch. Ich habe den Checkpoint eigentlich nicht mitgenommen. Ihr habt es gesehen. Also ich gehe hier nochmal so vorbei. Ich hoffe, also das ist der Checkpoint. Sonst kann die Challenge hier natürlich nicht passieren. Ist ja geil, dann unten doch mit. Das muss damit funktionieren. So, okay. So. Hier, kennt ihr den eigentlich? Wie heißt der denn hier? Keine Ahnung. So. Ich lasse mich hier langtippen. Oh. Was ist das denn? Warum spielt hier die Kamera so verrückt? So, nein. Kein Checkpoint. Wir sind schon auf dieser Ebene angekommen. Es kann sein, dass ich da berührt habe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nein. Aber, oh, das gibt es noch nicht. Oh, ich kann die Challenge gar nicht ohne Checkpoint machen. Der nimmt das hier immer wieder an. Ich will jetzt schon ein Checkpoint vor. Das ist ja nicht so dolle. Tut mir leid, Leute. Also müssen die Obi hier jetzt tatsächlich ganz normal machen. Okay, gut, gut. Spätestens jetzt. Ich habe es wahrscheinlich gemerkt. Okay, das wird doch eine normale Obi, wie es im Titel steht, aus Ben 10 entkommen. Also nicht nur ohne Death, weil das schaffe ich nicht anscheinend. Ja. Kann ich eigentlich direkt runterspringen? Was guckt ihr denn sonst so gerne, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Guck, das ist, naja, okay. Das ist echt buggy. Weil ich bin jetzt schon hier eigentlich. Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich bin nur mal ein Checkpoint vor, obwohl ich das noch nicht geschafft habe. Also diese Obi bekommt auf jeden Fall keine 100% von mir. Nehmen wir das hier auf. Den hier gehen. Okay. Das ist eine echt kurze Obi. Deswegen wollte ich das ohne... Checkpoint machen. Da kann ich es ja trotzdem noch versuchen. Also Deathcounter liegt, glaube ich, bei 4 oder 5. So, jetzt kommen wir natürlich an die Stelle, die absolut nicht mein Ding ist. Wo wir definitiv öfter sterben werden. Tut mir leid, aber das ist einfach immer so Glück. Wobei, sollen wir mit Grün anfangen vielleicht? Wegen Ben 10? Ja, okay. Dann gehen wir auf Gelb. Dann auf Rot. Und dann bleiben wir bei Rot. Ja, okay. Ich glaube, so erfolgreich war das noch nie. So, wer ist denn dieser Bösewicht hier, Leute? Vielleicht so in die Kommentare der hier. Von Ben 10. Also ich kenne Krak, kenne ich auf jeden Fall. Der andere war das... Ist das hier Mini-Degi oder... Mini-Degi oder... Wie hieß der denn? Ihr könnt mir mal in den Kommentaren helfen. Also sieht auf jeden Fall ziemlich gefährlich aus. Ich sage nichts. Ich sage gar nichts! Ich kann nicht da bei Stage 2 bleiben und der ist schon bei Stage 7 da hinten, ne? Der ist ganz allein in der Lobby! Uuuuh! Mann! Oder vielleicht geht es hier doch weiter, als ich dachte, nein, das ist da oben, endet doch die Obi. Da, ja... Ey, das ist doch eben, da habe ich das doch noch ohne Probleme geschafft! Kritisch. Kritisch, kurz davor, RageCret. Aber... Ich lasse das. Also, ich habe es doch eben ohne Probleme hier geschafft. Warum denn so kompliziert? Och, das war knapp. So. Jetzt geht es hier nochmal nach oben. Ich muss schon sagen, ganz schön heftig nach oben. Also, wenn ich das jetzt mal hier nochmal so sehe. Nein! Warum mache ich das? Ich verstehe es nicht. Warum mache ich das? Warum tue ich das überhaupt? Ich lasse es. Ich lasse es. Ich gehe jetzt einfach nur nach oben. Ich wollte euch nur ein bisschen noch die Map zeigen. Aber gut, dann eben nicht. So, da hinten ist doch schon das... Hallo? Ach, das verschwindet. Okay. Okay. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen tricky. Das ist mir gar nicht so zu voll. Man! Ohne Death hätte ich das auch niemals geschafft. Niemals. Also, das wäre... Ich glaube, das hätte Stunden gedauert. Okay, und jetzt? Boah, das ist ja richtig abgefahren. Also, das ist nochmal richtig eine Herausforderung hier, kurz vor Ende der Map. Ich war doch so gut dabei. Ich hätte nur noch diese zwei... Es ist schon eine echt Ultimate-Ovi. Sie ist kurz, aber doch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Die ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich möchte zwar nicht sagen, dass Nina ihre Schwierigkeiten hätte, aber sie hätte definitiv ihre Schwierigkeiten. So wie ich gerade. Kann ich nicht sonst hier hinspringen? Ja, okay. Ah, das gibt es doch nicht. Der Kopf fliegt und fliegt. Ganz so ein Rohblockstücke. Ich versuche es mal hier. Vielleicht ist es ein bisschen... Ja, ist es besser? Aber hier habe ich mehr Platz. Ey, das ist so frustrierend, sage ich euch, Leute. Ganz, ganz ärgerliches Ding. Nö, ich bleib ruhig. Wenn jetzt jemand von euch erwartet, dass ich hier total ausflippe. Falsch gedacht. Mann! Voll witzig. Gar nicht witzig, sage ich euch. Das kommt schon. Eben habe ich das doch so gut geschafft. Das kann man gar nicht schaffen. Diese böse Wicht, die wollen gar nicht, dass wir aus Band 10 End kommen. Aber vielleicht auch nicht zu lange auf den Runden. Wann geht es eigentlich? Nein, geht gar nicht. Kann es vergessen. Klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Ey, sag mal, wie kann man das denn so heftig nur gestalten? Wie kann man das denn so heftig nur gestalten? Gott sei Dank, endlich ey. Wir haben es geschafft. Können wir hier ein Motorrad so nehmen? Weiß ich nicht. Zumindest haben wir es jetzt hier mal geschafft. Können wir es jetzt... Hey, was passiert denn? Hey, was passiert denn? Naja. Ich weiß nicht, ob ich hier hätte drauf gehen sollen. Ich weiß es nicht. Hallo? Okay. Jetzt geht es hier absolut mal ab. Leute, das war die Ultimate Band 10 O.B. Also aus Band 10 End kommen. Und wir haben es irgendwie geschafft. Aber es war doch sehr, sehr mühselig. Besonders hier am Ende. Ohne Death ist das gar nicht zu schaffen. Leute, versucht es doch auch mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.